Grüß Gott. Sie interessieren sich dafür, wie man mit Numbers mathematische Fragenstellungen erstellen kann. Erste Voraussetzung mal, Sie müssten sich anmelden. Ich habe das schon gemacht, kann ja auf Login gehen. Und wenn Sie da neu sind, sehen Sie natürlich nicht lauter so Zeug. Was Sie machen müssten, wäre eventuell ein neues Projekt anlegen, weil die ganzen Fragen, Question und Examen, die sind in so Projekten organisiert. Ich habe das schon vorbereitet. Mein Projekt, wo ich hier alles drin entwickeln will, heißt mal Tutorial.de. Und was ich jetzt als erstes machen werde, ist eine neue Frage erstellen. Vielleicht bevor ich das mache, man hat bei dem Projekt noch so verschiedene Einstellungen, zum Beispiel Standardsprache und Standardlizenz und eine kleine Beschreibung kann man auch einstellen. Gut, gehen wir dann mal wieder auf unser Projekt zurück. Ich wollte eine neue Frage erstellen. Die Frage nenne ich mal Grundrechnungsarten, Klammer auf, Version 1. Dies in unserem Projekt Numbers Tutorial und der Modus, den wir wählen, ist Show All Parts. Es gibt auch noch Explorer. Das wäre für so adaptive Fragestellungen, wo der zweite Teil der Frage vom ersten abhängt und so. Sowas Kompliziertes wollen wir uns noch gar nicht anschauen. So, ich fange mal an und mache zumindest mal eine Aufgabe, die zwei Teile hat. Erstmal gibt es ein Question Statement, ist löse die folgenden Aufgaben zu den Grundrechnungsarten. Das sollst du machen. Und jetzt gebe ich meine Parts ein. Da gibt es ganz viele verschiedene Typen von Aufgaben. Mathematischer Ausdruck und Number Entry, das sind hier so die wichtigsten, die wir erstmal haben. Wir wollen ja Grundrechnungsarten machen mit Zahlen, also nehmen wir mal Number Entry. Jetzt kann ich einen Prompt eingeben und da sage ich mal 2 plus 2, aber damit das dann auch wirklich wie eine Formel aussieht, schreibe ich da so Dollarzeichen darüber. Das sagt Numbers, dass ich ja in LaTeX was haben will und ich kriege ja auch immer die LaTeX Ausgabe angezeigt. So, was brauche ich noch? Marking Settings, die brauche ich noch. Und dann habe ich schon meine erste Teilaufgabe fertig. Die Marking Settings bei Marks, hier kann man auch immer auf Fragezeichen klicken, dann kommt man auf so eine Erläuterungsseite, wo steht, was das ist. Marks, das sind sozusagen die Punkte, die man für den Aufgabenteil kriegt. So, 2 plus 2 sollen wir rechnen, da haben wir als minimales Ergebnis 4, was wir als richtig akzeptieren und als maximales auch 4. Wir wollen auch die korrekte Antwort anzeigen, müssen wir nicht unbedingt, können wir auch ausklicken und wir wollen auch anzeigen, wenn jemand was Richtiges eingegeben hat, kriegt der so ein grünes Häkchen, wenn hier das Score Feedback Icon aktiviert ist. So, brauchen wir eine Restriktion bei der Genauigkeit, die die Leute das angeben? Das brauchen wir erstmal jetzt alles nicht, aber was wir noch machen. Wir sind ja Zentraleuropäer, also sagen wir, als Dezimaltrennzeichen brauchen wir ein Komma, beziehungsweise einen Beistrich. Und ich schränke das nochmal weiter ein, wir wollen Continental Plane, also wir wollen auch keine Punkte, um Tausende abzutrennen. Bei 2 plus 2 brauchen wir eh keine Tausender. Hier unten kann man auch noch auswählen, in welcher Form eigentlich die richtige Antwort angezeigt wird. So, damit ist unser erster Teil der Frage fertig. Wir können jetzt mal einen Testlauf starten, wie das Ganze aussieht. Löse die folgende Aufgaben zu den Grundrechnungsarten, ist eigentlich nur eine Aufgabe, 2 plus 2 und da kann ich jetzt eintragen 4 und wenn ich dann sage Antwort einreichen, ist das richtig und wenn ich sage 5 und sage Antwort einrichten, dann ist das falsch. So weit, so gut. Wäre ein bisschen langweilig, nur einen Part zu haben. Erstmal können wir den Part hier oben vielleicht mal umbenennen in Addition und jetzt machen wir mal, weil wir faul sind, Copy this Part. Jetzt haben wir zweimal Addition, das ist natürlich langweilig. Wir wollen auch einmal Subtraktion haben und da müssen wir natürlich auch die Angabe ändern und da hätten wir vielleicht gerne 2 minus 2 und dann für unsere Markingsettings entsprechend 0 und 0 als richtige Antwort. Testrun, dann schaut die ganze Geschichte so aus. Erster Teil Addition, zweiter Teil Subtraktion. So, wenn Sie jetzt nicht möchten, dass hier Addition und Subtraktion steht, können Sie das einfach rauslöschen. Nochmal Testrun, dann steht da einfach A und B. Ja, das ist ja jetzt alles schön und gut. Nur man kann hier die einzelnen Abschnitte einreichen. Testen wir vielleicht das nochmal kurz. Aber das hätten wir auch mit Moodle zusammengebracht, da hätten wir nicht unbedingt noch Numbers für lernen müssen. Erste Besonderheit, auch das würde doch in Moodle gehen, wir können mit Zufallswerten arbeiten. Zufallswerte speichert man in Numbers in Variablen. Wir erzeugen uns mal zwei Variablen. Eine nennen wir A und jetzt wollen wir eine Zufallszahl. Das geht mit Random, Klammer auf und jetzt sagen wir mal Zahlenraum bis 20. 1 Punkt Punkt 20. Erzeugt uns eine Zufallszahl zwischen 1 und 20. Hier unter Regenerate Values können wir uns auch zufällig Zahlen erzeugen lassen. So, jetzt machen wir nochmal eine andere Zahl. B und wenn wir jetzt sicherstellen wollen, meinetwegen, dass wir auf jeden Fall eine zweistellige Zahl dabei haben, können wir ja zum Beispiel sagen, die wählen wir einfach mal random aus 10 bis 20. Man muss eigentlich auch nicht unbedingt 20 sein. Wir könnten ja sogar sagen, wir gehen hier mal bis 99. So, okay, jetzt haben wir da eine gegebenenfalls einstellige und eine zweistellige Zahl. Oder wir könnten sogar noch sagen, sagen wir mal, wir wollen auf jeden Fall verschiedene Zahlen haben. Dann sagen wir, wir fangen hier überhaupt erst bei 20 an. Und sagen wir mal, wir wollten hier aber auch gerne eine zweistellige Zahl haben. Dann fangen wir da überhaupt erst mal bei 10 an. So, jetzt haben wir zwei schöne Zufallszahlen. Jetzt können wir entweder die Ergebnisse direkt auch noch als Variablen erzeugen lassen. Das ist ganz bequem. Sagen wir mal Summ soll unsere Summe sein. Sie sehen schon, wir dürfen die Variablen auch mehrere Buchstaben geben. Und das ist dann natürlich einfach A plus B. Ja. Und da sehen Sie, jetzt kriege ich hier mal die Summe angezeigt. Und bei, wenn Sie auf Summen gehen, sehen Sie auch, das hängt von den Variablen A und B ab. So, und jetzt machen wir auch noch Diff. Und das soll mal sein A minus B. Ah, jetzt habe ich B als größere Zahl genommen. Dann nehme ich vielleicht lieber B minus A, damit das noch mit Volksschulmathematik möglich ist, das zu lösen. So, hier mit Regenerate Values kann man sich immer mal anschauen, was so die Ergebnisse sind. Jetzt müssen wir natürlich die Statements verändern. So, also gehen wir mal in die Parts rein. Gehen wir mal in unseren ersten Part wieder rein. Hier sind wir noch in den Marking Settings. So, also als Ergebnis ist jetzt hier nicht mehr immer 4, sondern das Ergebnis ist Sum. Und was wir aber jetzt auch ändern müssen, ist natürlich hier die Angabe. Und unsere Variablen holen wir uns mit var und dann geschweifte Klammer var B plus var A. So, und jetzt sehen wir auch nochmal, da wird das LaTeX interpretiert. Das sieht gut aus. Wir können uns auch hier so eine Vorschau anzeigen lassen. Da sieht man, okay, es funktioniert alles. So, jetzt müssen wir es bei B natürlich auch noch ändern. Bei B ist das Ergebnis jetzt Diff. Ich habe eine neue Tastatur. Da tippe ich mich manchmal. Diff. Marking Algorithm brauchen wir nicht, aber Prompt müssen wir jetzt noch wieder ändern. Da brauchen wir var B minus var A. So, machen wir sicherheitshalber ja auch nochmal Preview. So, da kriegen wir unsere schöne Minusaufgabe präsentiert. Ja, dann lassen wir uns das vielleicht mal anzeigen. 75 plus 19 ist 75 plus 20 ist 95 minus 1 ist 94. Und 75 minus 19 ist 75 minus 20 ist 55 plus 1 ist 56. Ja, jetzt könnten wir mal alle Abschnitte einreichen und freuen uns. Das hat wunderbar funktioniert. Damit haben wir unsere erste Version der Aufgabe fertig. Die wollen wir jetzt auch mal so lassen. Da verändern wir jetzt erstmal nichts mehr dran. Da gehen wir mal hin. Die ist jetzt ready. So, was man normalerweise noch machen soll, ist eine Anleitung kann man erstellen. Die wird angezeigt, wenn man auch die Lösung angezeigt bekommt. Jetzt ist das hier so ein bisschen schwierig. Was sollen wir hier schon großartig als Anleitung anzeigen? Wir könnten da eventuell noch das schriftliche Rechenverfahren anzeigen lassen. Das machen wir jetzt mal nicht, weil das ist dann im wesentlichen Tech-Spielerei, das schön formatiert zu lassen. Was man machen müsste, um diese Aufgabe dann öffentlich zu verwenden, ist, man sollte immer noch eine kurze Beschreibung hinzufügen. In dieser Aufgabe geht es um das Addieren und Subtrahieren von Zufallszahlen. Das U können wir vielleicht noch kleinschreiben. Ja, wenn wir das gemacht haben, könnten wir hingehen und diese Aufgabe veröffentlichen. Das wäre eine Voraussetzung, damit wir, wenn wir den Test so benutzen wollen, dass die Schüler einfach quasi die Earl dieser Aufgabe direkt aufrufen, wäre das eine Voraussetzung. Hier steht jetzt Right-to-Work-Solution. Das haben wir nicht gemacht, weil die Aufgaben so einfach sind, dass wir da eigentlich keinen Lösungsweg angeben wollen. Wenn wir sagen, das ist okay, dann können wir sagen, ignore this task and publish. Das wird zweimal bestätigen. Und jetzt haben wir eine veröffentlichte Aufgabe. Steht aber auch noch Draft. Naja, sagen wir vielleicht auch mal, die ist jetzt wirklich ready to use. So, und wenn wir das hier haben, dann sehen wir unter Assess auch eine Earl, unter der wir die Aufgabe aufrufen könnten. Oder wir können auch auf Testrun gehen und dann gibt es hier einen Share-Button und über den erhalten wir so eine Earl. Kopieren. Jetzt kann ich mal zeigen, wie die aussieht. Da sieht man die Aufgabe sozusagen da nackt, ohne da noch irgendeinen Rahmen drum. Das ist eine Möglichkeit, die Aufgabe zu teilen. Eine andere Möglichkeit ist, die Aufgabe kann heruntergeladen werden, zum Beispiel als eine ZIP-Datei. Und da kann man die auf irgendeinen Web-Server hochladen und dann kann man von dort aus die Aufgabe aufrufen und hat die dann quasi lokal abgespeichert. Ich könnte sogar das entpacken und auf einen USB-Stick geben und dann ist da so eine Index-HTML-Datei. Die kann ich öffnen und damit kann ich dann die Aufgabe lokal auch quasi ohne Internet sogar bearbeiten. Nächste Möglichkeit ist ein SCORM-Package. Das sind bestimmte Pakete, die in Moodle zum Beispiel funktionieren, wo dann die Lösungen, die die Schüler erzielt haben, auch im Moodle direkt angezeigt werden. Das werde ich jetzt aber auch nicht zeigen. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte die Aufgabe noch etwas variieren und möchte aber meine alte Aufgabe nicht verlieren und deswegen sage ich, ich mache mal eine Kopie von der Aufgabe. Nennen wir die Version 2. Erste Sache, die mir nicht so gut gefallen hat bei der Version 1, dass das hier in der neuen Zeile steht. Das finde ich irgendwie nicht so schick. Das ist zwar eher kosmetisch, aber wir schauen mal, wie man das wegkriegt. Wir haben jetzt eine Aufgabe vom Typ Number Entry und bei der ist das immer so, dass die Lücke ganz am Ende steht. Man kann daraus eine Lückentext-Aufgabe machen, wo dann auch mehrere Lücken in einem Teil sein könnten und die heißen hier halt Gap Fill. Wir machen mal hier Replace with a Gap Fill und dann hat man hier jetzt ganz normal immer noch unsere Mark Settings und so für diese erste Lücke und hier unten sieht man jetzt aber, aha, jetzt ist die Lücke hier quasi innerhalb des Textbearbeitungsfeldes. Genau, rechnen, könnte ich noch dahinter schreiben, ist natürlich Quatsch, aber Sie sehen, wie das passiert. Hier hinten haben Sie diese Gaps, die man da einfügen kann. Wenn man mehrere hat, dann kann man die an irgendeine Stelle des Textes einfügen. Wenn man das so macht, dann sehen Sie, dann ist jetzt hier die Lücke direkt dahinter. Das finde ich irgendwie schicker. So, für Aufgabe B denke ich mir mal ein bisschen mehr aus. Ich finde das langweilig, wenn immer nur Plus und Minus gerechnet wird. Ich will jetzt mal beim zweiten Teil zufällig eine Rechenoperation auswählen und ich finde das auch langweilig, wenn das als Term da steht. Ich will auch mal, dass die ein bisschen Fachsprache lernen. So, wie können wir das machen? Also der erste Trick, was ich gerne hätte, wäre, dass auch eine Divisionsaufgabe sich glatt ausgeht und deswegen erzeuge ich jetzt mal meine Variable C als Ergebnis direkt so, dass ich sage, ach, da nehme ich einfach B mal eine Zufallszahl, die sich bewegen soll zwischen 2 und 9. Damit es etwas leichter ist, nehmen Sie vielleicht sogar A. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich C durch A teile, kommt was ganzzahliges raus, nämlich irgendwas im Bereich 2 bis 9. Das finde ich irgendwie schicker. Ja, das finde ich okay so. Gut, jetzt erzeuge ich mir zuerst mal die Liste aller möglichen Ergebnisse, die rauskommen kann, wenn man eine der Rechenoperationen nimmt, die jetzt mal nicht das Plusrechnen sind. Also sagen wir mal C minus B, C mal A, nicht B, A wollte ich nehmen, C minus A, C mal A und C geteilt durch A. So, wieso ist das eine Liste, eckige Klammer außenrum, durch Beistriche werden die Listen-Elemente getrennt. Hier sehen Sie das. So, jetzt baue ich für die Angabe aber noch eine Liste von diesen Worten, Summe und so weiter, möglichst mit Artikel, damit das grammatikalisch schön reinpasst. Das ist also eine Liste von Strings, wie man sagen würde. Das nenne ich mal meine Operationen. Das hier nenne ich auch Ergebnisse, weil das sind ja mehrere. So, die Operationen. Da hatte ich als erstes Minus. Das nennt man die Differenz. Ah, nicht groß, das mal klein. Die Differenz. Dann hätte ich gerne das Produkt und dann hätte ich noch gerne den Quotienten, weil so heißt das bei einer Division. So, da zeigt er mir das jetzt nicht an, weil das so lang ist. Da steht einfach nur List of Free Items. So, jetzt baue ich wieder Zufallsvariable, die mir hier was rauszieht. Die Zufallsvariable muss ein Index sein. Der Index beginnt hier mit 0, also die Differenz ist 0, das Produkt ist 1, Quotient ist 3 und hier genauso. C minus A ist Index 0, C mal A ist Index 1 und C durch A ist Index 3. Also mache ich mir hier die Indexvariable, die nenne ich mal Auswahl. Die läuft von Random 0 bis 2. So, und dann sage ich mal, wie das, dann sage von den Ergebnissen das, was Auswahl eben ausgewählt hat. Also Ergebnisse mit Index Auswahl, das wäre in dem Fall 6. Sieht man jetzt nicht so gut. 102 durch 17 ist eben der 6 da. So, und genauso bei der Operation sagen wir auch Operation. Das ist aus Operationen das, was durch Auswahl ausgewählt wird. Das wäre in dem Fall das Produkt und da kommt 1805 raus. So, jetzt, damit ich auch nichts falsch mache, wie habe ich da nochmal operiert? Da habe ich genommen C minus A und so weiter. Also von C und A ist das immer, was ich bestimme. Ja, das werde ich jetzt mal beim zweiten Teil so ändern. Also werde ich Part B hernehmen und werde das hier verändern. Also da sage ich mal, bestimme. Ja, dann jetzt muss ich sagen, was eigentlich bestimmt wird. Wenn ich außerhalb so einer Formel bin, dann brauche ich einfach nur geschweigte Klammern für die Variable. Da muss ich jetzt also reinschreiben, bestimme Operation von, so, jetzt ist das aber nicht B, sondern C und das ist nicht A. Ja, doch, A stimmt und A und das gleich machen wir dann mal am Ende weg. Punkt. Gut. So, jetzt noch zu schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. Bestimme das Produkt von 95 und 19, bestimme den Quotient von 70 und 10, bestimme das Produkt von 30 und 10 und so weiter. So, jetzt müssen wir natürlich noch machen, damit das richtig ist. Hier ist jetzt nicht Diff, dass was rauskommt, sondern Ergebnis. Hier ist auch Ergebnis, das Ergebnis. Festablauf. Bestimme das Produkt von 152 und 19. Jetzt mal schauen, dass der das auch brav variiert. Bestimme das Produkt von 95 und 19. Bauen wir mal eine andere Aufgabe. Bestimme die Quotienten von 28 und 14. Okay, das ist so leicht, das kann sogar der Herr Fohns. Und das wird auch als richtig angezeigt. Damit haben wir jetzt schon eine zweite Form der Variation gesehen. Im nächsten Teil schauen wir uns dann an, wie das mit Brüchen funktioniert und mit Dezimalzahlen als Ergebnissen.